Moderne Geschirrspülerautomaten sind Hightech-Geräte. Sie bieten das, was der Verbraucher will. Ein glänzendes Spülergebnis, das wie von selbst zustande kommt. Zu diesem Komfort in Kontrast steht das Nachfüllen von Klarspüler. Eine lästige Pflicht. Immer mehr Hausfrauen und Hausmänner wollen nur das eine. Zwei in eins. Reinigungsmittel und Klarspüler in einem. Wirksam und komfortabel zugleich. Eine gute Idee und eine technische Herausforderung ersten Ranges. Denn ein Zwei-in-eins-Produkt muss so clever sein, dass es den Hauptspülgang vom Klarspülgang unterscheiden kann. Während der Reiniger sich gleich im Hauptspülgang auflöst, darf der Klarspüler erst im Klarspülgang freigesetzt werden. Es gibt heute Produkte, bei denen der Temperaturverlauf in der Maschine darüber entscheidet, wann der Klarspüler freigesetzt wird. Oberhalb von 60 Grad schmilzt der Klarspülerkern. Das Problem bei dieser Temperaturmethode ist, die Mehrzahl aller getätigten Spülgänge erreicht 65 Grad oder mehr schon im Hauptspülgang. In diesen Fällen verliert ein Klarspüler, der in ein wärmeempfindliches Material, zum Beispiel Wachs, eingebettet ist, seine Wirkung. Denn die Hülle schmilzt hier schon im Hauptspülgang. Der Klarspüler wird viel zu früh freigesetzt und geht verloren. Die Calgonit-Forschung konzentrierte sich deshalb auf ein Kriterium, das zuverlässig zwischen Hauptspülgang und Klarspülgang unterscheidet. Das ist der pH-Wert. Hoch im Hauptspülgang, niedrig im Klarspülgang. Auf diese Erkenntnis, dass der pH-Wert seinen niedrigsten Wert im Klarspülgang hat, galt es aufzubauen. Die Herausforderung war, eine Methode zu entwickeln, die eine sichere, kontrollierte Freisetzung des Klarspülers ermöglicht. Das Ergebnis intensiver Forschung. Ein völlig neues Verfahren, das flüssigen Klarspüler in eine feste Form bringt. Der Clou liegt in der Hülle, die den Klarspülerkern umgibt und ihn während des Hauptspülgangs zuverlässig vor Wasser schützt. Erst wenn der pH-Wert in der Maschine unter einem bestimmten Wert absinkt, löst sich die wasserabweisende Hülle auf. Der Klarspüler wird freigesetzt. Abkapselung des Klarspülers im Hauptspülgang. Freisetzung erst im Klarspülgang. Die Voraussetzung für eine technologische Glanzleistung. Reiniger und Klarspüler in einem. Calgonit Powerball 2 in 1 Taps. Reinigen im Hauptspülgang. Klarspülen im Klarspülgang. Intelligent und sicher gesteuert. Die glänzende Innovation für mehr Komfort. Calgonit Powerball 2 in 1 Taps. Amen. Mike Roberts. Anwend에 Himmel ins mansion.